Willkommen zurück zu Let's Play 9, die dunkle Seite von Notre Dame. Im letzten Part haben wir alle möglichen Dinge getan, jetzt müssen wir nähen. Und zwar das hier. Kreuzstich mit Tanten Yasu. Oh, dabei bin ich sehr schlecht in Handarbeiten. Aber wie ist es, muss ich hier nicht selber nähen? Also wer benutzt denn bei sowas die Überspringhilfe? Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nervig, aber doch nicht schwer. Du hast Akebius Umhang nachgebildet. So. Das war wohl nichts. Hey, Alas, Descendant, you're on the right way. You should find all the tokens for a window of inspiration to help save Quasimodo and fight even. About Gargoyles do not worry. I take them alone. Okay. Die Dunkelheit ist nicht, mein Freund. Kann ich vielleicht die Fackel wieder rausnehmen? Nö. Okay, ich dachte, das ist vielleicht so ein Brett, wo wir dann drüber können. Hier muss doch irgendwas sein, womit ich hier Feuer machen kann. Oh. Hallo. Wie in, was ist das Vermächtnis des Geheimbuches oder war es der Film danach? War es der Film davor mit dem Tempelritter? Auf jeden Fall hatten die da auch so ein Ding. Ich glaube, es war ein Tempelritterfilm. Eine Aussparung für eine Dolchklinge. Man sagt, dass der Saft von Orchideen eine mögliche Droge ist. Also die Nicolas Cage Filme sind nie sonderlich berauschen, aber diese Filme haben wirklich Spaß gemacht. Zumal ich die Krüger auch ganz cool finde. Offenbar ist ein Schlossteil eingeschraubt. Ah, die Dolchklinge. Finally. Quasi Modofigur. Nein. Hier ist den ganzen Weg zurück. Oh, halt, hier ist eine Kette. Oh, dann weiß ich auch ungefähr, wo wir die benutzen müssen. Nicht so hundertprozentig sicher. Was brauchte die nochmal? Hier war es. Wie ich einfach immer falsch abbiege. Du hast einen antiken Dolch hergestellt. Endlich. Wusste doch, so blöd kann ich gar nicht sein. Eine leere Sprühflasche. Da würde ich gerne das Schlangengift reintun, aber wir haben das ja noch nicht. Wir haben jetzt einen Griff und eine Figur und lauter gedöhnt. Ah, Moment, bevor ich das vergesse. Mit dem Magneten müssen wir zur Polizeiwache. So. Jetzt haben wir eine Lochkarte und die brauchen wir bestimmt hierfür. Na, seht ihr, das war doch jetzt relativ einfach. Ich trinke mal eben meinen Kaffee aus. Der Tresor ist verschlossen. Und meine Maus ist scheiße. Ah, hier ist auch endlich die Sicherung. Sehr gut. So, schön. Was ist das denn? Erstelle eine geschlossene Leitung. Der Draht sollte sich so oft um die Glühbirne wickeln, wie es auf der Zahl der jeweiligen Birne entspricht. Okay. 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 Korrekt. Das war jetzt einfach, oder? Hinter dem Glas befindet sich eine inspirierte Marke. Vielleicht kann ich diese ausschneiden, ohne den Alarm zu aktivieren. Wie willst du das denn machen? Ich weiß es nicht. Wir suchen jetzt erstmal. Vielleicht finden wir hier irgendwas Sinnigeres. Sphäre. Ich wollte gerade fragen, was meine die denn mit Sphäre? Dieses hölzerne Teil sieht unvollständig aus. Zeremonielle Schnitzerei. Okay. Mach kaputt. Ist okay. Okay. Das gilt nicht als Perlenkette. Warum nicht? Na gut. Das ist jetzt schon was schwerer. Ich muss mal eben meinen Bildschirm so ein bisschen kippen. Dann sehe ich auch besser. Und mich vielleicht anders hinsetzen. So. Bogen, Adler. Das hier ist doch ein Bogen, oder nicht? Nö. Nö. Das ist keiner sagt das Spiel. Wenn das Spiel das sagt, dann muss das auch stimmen. Glüfe. Was ist denn nochmal eine Glüfe? Ich weiß es nicht. Aber bei Locked habe ich nie eine gekriegt. Da ist der Pfeil. Bei Glüfe habe ich jetzt einfach das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie ich mir das hier vorzustellen habe. Ist das ein Gefäß? Oder so eine Art Elfe? Oder so eine Art Elfe? Ich bin leider gerade ziemlich überfragt. Wie bitte? Das war ein Ankh? Das ist doch keine Glüfe. Also wirklich. Also wirklich. Wie können Steinfiguren durchsichtige Flügel haben? Das ist doch eine Art Elfe. Bring the Prisoner to me. Es ist schon seitdem ich die Windel der Inspiration aktiviert habe. Mal sehen, wie es reagiert, die deine Leipose zu reagieren. Was? Esme, bitte. Ich verstehe nicht. Ich habe nie etwas zu dir gemacht. Esme. Nein, liebe Sie. Ich werde bald die Korporal trappenen von diesem Meek und Myrtle-Stone-Mason. Oh, nein! Die Windel der Inspiration ist wieder zuerst. Ich brauche auch Clan und Guardian Amulet zu engagieren. Find the Guardian Amulet und bring it to me. Eben Sie. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3, 3, 4, die». Also doch, es ist mir elend, ne? Unfassbar. Fleur wurde in einen Gargoyle verwandelt. Ich muss sie retten. Ich nur wüsste wie. Okay.